So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spongobob. Der... Boah, ich gehe mich echt begraben gleich, ganz ehrlich. Es ist so anstrengend, das immer wieder neu machen zu müssen hier alles. Das werde ich den Scheiß hier nochmal machen, ey. Bred. Und wegen sie einem Affen zahlen hier rüber, das Ding. Plan, Keton. Plan für den Karton. Oh Gott, ich habe mich so weit oben angefangen, glaube ich. Dann fliege ich doch gleich übers Ziehen aus, oder? Was zum Fick, Mann? Welcher Bastard hat mich jetzt wieder beballert? Boah, die Kameramann. Der Kameramann. Boah, ich kriege echt ein bisschen den Pimpernelen gerade in dem Spiel. Piss dich da oben, Alter. Hm. Geh, jetzt haben wir ein bisschen gegambahlt. Mann. Ja, ich sterbe gleich wieder, dann kann ich wieder alles von vorne machen. Ich hole mir mal den Burger hier draußen. Der Burger ist nicht mehr da. Dann halt nicht. Boah. Boah. Boing. Boah. Es. Jetzt warten, bis die Hand da ist. Wurde irgendwie so resettet die extra Sub, aber gut. Dann ist das halt so. Oh Gott. Es ist wirklich ganz schlimm, wie ich immer in dieser Ecke da falle. Ja, toll. Oh Gott, das reichte. Okay. Dann haben wir wieder Abkürzung oder so an der Stelle. Ja, jetzt kommt der Bündchen von oben. Ach nee, er fährt wieder zurück. Ähm. Wie sollte man da jetzt vorbeikommen, ohne Damage zu nehmen? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. Es geht nichts über männliche Dinge. Mhm. Boing. Dum dum. Dum 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 dum. Oh, nein. Ey, Leute. Das geht gerade nicht. Wie soll ich den jetzt besiegen? Ah, ich habe eine Idee. Ja, ich sterbe. Wie jetzt? Der hat den nicht erwischt? Boah, Mann! Ist das ein Scheiß-Level. Oh, ich habe... Oh, danke. Danke. Fucking schön, Alter. Alter. Bastard. Kannst du mal diesen hefsigen Button anvisieren? Mein Gott, brauchst du lange. Mein Gott, Homer, bist du langsam. Geht's gut, würde ich gerne sagen. Das wäre eine Lüge. Der Typ ist weg. Du schon. Warum ist der jetzt tot? Ich glaube, wir haben uns irgendwie gegenseitig getötet. Kann das sein? Alter Schwede. Nee, ich auch nicht. Ach, war klassisch hier. Mhm. Voll von der Kante abglitscht. Aber das ist okay. Boing. Boing. Oh, das ist übel. Kein Pudel. Kein Pudel. Oh, nett. Sie dann wenigstens aufhören. Mein Gott, ey. Mein Gott. Ich bin aber auch ein Haufen Gülle. Mhm. Ich werde richtig leiden. Ich spüre schon. Ich merke schon. Mein Gott, das ist aber auch... Das Ding braucht viel zu lange da hinten. Komm mal in eine Pötte, würde meine Mutter jetzt sagen. Hallo? Skandal. 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 Im Sperrbezirk. Im Planktopolis. Alter, Planktopolis. So nach mir. Ich fertig, ey. Das ist ein knallhartes Level, wirklich. Wahrscheinlich auch das letzte Jump-Run-Level zu sein, ne? Wurde mir gesagt. Sag dir der gute Max-Ber-Set ja letztes Mal, dass danach nur noch ein Renn-Level kommt. Das ist so beschissen hier. Ich muss halt... Wenn ich halt zu weit nach vorne stehe, dann fällt es direkt in das Loch rein. Ich muss weiter hinten stehen, damit der quasi einmal abtreibt am Boden und dann diese Extra-Geschwindigkeit kriegt. Wisst ihr? Voll schlimm. Ich meine, vielleicht kann ich aber die Längs-Eifenblase benutzen, aber irgendwie... Die dauert halt genauso lang, glaube ich. Oh, du Bastard, Mann. Oh, wieso fühlst du schon immer so weit? Die Tatsache ist halt immer, wenn ich... Wenn man diese Boden-Kugel macht, der halt immer so einmal nach vorne so ein Dash macht. Ich hasse es. Mal gucken. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich glaube, ich würde dann nach der nächsten Folge oder so auch... Oder nach dieser Folge vielleicht auch bald das Backtracking anfangen, glaube ich. Und mir echt wünschen, würde ich einfach direkt alle Schätze hier zu finden. Weil... Fucking hell. Boah, ja! Alter, ist das doch noch auf dem Scheiß, dieses Level. Ich meine, es geht auch, aber das dauert halt auch, ne? Ich glaube, da habe ich nicht viel von, tatsächlich. Ja, ne, ist auch scheiße. Alter. Hälfte der... Das Wolfsfall ist immer wieder weg. Meine Fresse! Ich kotze doch in meinem Essen, aber ich habe schon gegessen. Also bringt es nichts. Mann! Boah! Ey, ganz ehrlich, ne? Robo-Plankton oder Robo-Spongebob. In Robo-Spongebob drin, in Schlappig-Knowber war nichts dagegen, ey. Holy shit. Und der war schon durch fehlende Checkpoints im Original echt bitterböse. Mew-Mek haben sie ja Checkpoints eingeführt, was eigentlich eine gute Änderung ist. Wobei ich ja im Let's Play, glaube ich, tatsächlich das First Strike geschafft habe, wenn ich mich nicht täusche, damals noch, bei Original Schlacht, wo ich ein bisschen stolz auf mich war. Boah, Jesus Christus. Endlich mal ein paar Zentimeter weiter hier. Scheiße, ey. Nein, ich muss... Oh Gott! Okay. Du Bastard! Er hat aber keinen Doppelsprung gemacht. Ich habe so Hard-X gehämmerd, er hat irgendwann angefangen, diesen hässlichen Doppelsprung zu machen. Boah! Du bist so dumm! Ich bin... Ich wollte dich mal als Crash beleidigen, ey, du Bastard. Aber nein, das ist nicht Crash-Bendigut. Spongebob. Arschloch. Mein Gott, ich kriege echt so die Pimpernellen gerade von diesem Level. Das ist unfassbar. Boah, du hässlicher, ey. Mach schaller, der hässliche. Spongebob. Boah. Boah. Zeit für Lackenstrecken-Kommunikation. Zeit für Lacks. Boah. Boah, ich würde gerne einfach... Ich hätte gerne so ein Sound-File-Menü. Ja. Wo man so sämtliche Sound-Files einfach noch beliebiger ausstellen kann. Würde ich mir erstmal echt ein bisschen austoben, glaube ich. So, das Strike würde ich einfach rausmachen, weil wenn man richtig auf den Sack geht, ist für den richtigen Ohren weh. In was für einer Tonhöhe er da sagt. Möchte gern Tom Kenny. Möchte gern deutscher Tom Kenny. Ja, alles, alles sehr widerlich. Patrick geht. Patrick ist zwar auch dumm. Mit seinen Aussagen, aber... Er geht mir nicht so auf den Sack. Aber Spongebob haben wir so... Weißt du? Reicht doch irgendwann. So, du Fettsack. Wäre dir sehr verbunden, wenn du jetzt... Ich dachte, das Ding fährt weiter nach hinten über den anderen auf. Ich habe so ein bisschen Lust gerade zu Ragequitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird mal wieder Zeit. Wobei, habe ich ja gerade als Dienstag im Resident Evil Stream gemacht. Wenn ihr das Video seht, ist das schon Wochen her. Weil ich ja gerade vorproduziere. Was natürlich sehr schade ist beim Projekt. Dass viele Leute vielleicht gucken wollen. Fertig hat sie ja ein bisschen mehr aufrufen, wie es von Spongebob finde ich gut. Danke dafür. Die zwei Leute mehr. Ihr meddert. Meint, ihr schafft das in der Folge noch? Ich glaube nicht. Es ist aber auch so ein bisschen Resignation gerade. Ich habe einfach keine Lust mehr. Wirklich. Einfach nur irgendwie hier Dinge tun gerade. Boah, dass du immer so einen Satz nach vorne machen musst, man. Hör doch auf damit. Boah, Alter. Den würde ich übrigens auch rausnehmen, die Voice. Irgendwie spackt bei dem Sprung echt alles kurz ab. Ich konnte nämlich wieder keinen Doppelsprung machen gerade. Bitte? Bitte? Ach so. Ja, danke, Videospiel. Könntest du mir auch ruhig mal sagen, dass da die... Oh mein Gott. Kommuniziere mit mir, Spiel. Bitte. Ich hasse es, wenn Leute nicht kommunizieren oder spiele. Einfach so dieses, keine Ahnung. So, du bist jetzt tot und jeder hat das, wir werden mal schlipp, schlipp an der Stelle. Geile Idee. Boah, ey. Einfach schnell machen. So. 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 Okay, ich glaube. Ah, jetzt so. Bäm. So. Du schon mal nicht mehr? Du öffnest dich jetzt schon da auch, oder? Aber du wirst, ja. Das ist doch jetzt scheiße, Mann. Warum? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Mann. So ein Haufen Gülle von Game Design in der Stelle. Alter Schwede. Ich komme nicht drauf klar. Kann man den Sprung eigentlich schaffen, ohne Damage zu nehmen? Frag zu einem Freund. Du Bastard, Mann. Ich habe... Boah. Jetzt haben wir jetzt meinen Controller kaputt, oder so. Ey, ich springe und das tut es einfach nicht. Mein Gott. Möchte sie auch sich in der Controller, das wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Fast 20 Jahre alt. Mann. 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 Okay. Dann muss ich gleich, sobald ich den abgebadert habe, direkt rüber. Ich hätte es mir theoretisch denken können. Was zum... Warum hast du schon direkt geballert? Was hast du vorhin nicht gemacht. Boom. Du wirst mich nicht gestoppen, Plankton. Ich habe die Macht der Musik auf meiner Seite. Checkpoint bitte. Danke. Ich wollte nur noch zum Checkpoint. Alles andere war mir egal. Ich fühle mich schon viel männlicher. Viele männlicher. Was? Autsch. So bestialisch schwer, ne? Du kommst halt so kack gegen diese Gegner an. Das ist unfassbar. Kannst du einfach sterben? Und nicht einfach zwei Schläge mit der Längsleifenblase aushalten. Ihr von Natura aus schon schwieriger ist. Äh, heftiger ist. Mächtiger, stärker. Mein Gott, das ist das Wort. Ei, Natura. Danke. So, ich baste mal jetzt so fertig. Nusscheißegal. Meine Gürte, ey. Hüpfiger, bitte. Ja. Ja, okay. Oh Gott, das ist immer wieder richtiger Scheiß. Aber gut, das machen wir den Rest der Folge noch. Das passt auch ganz gut. Dann sind wir, denke ich, auch schon bald durch. Wahrscheinlich mit dem Gebiet. Beim nächsten Mal dann. Naja, ich denke mal, dann werde ich backtracken. Tatsächlich. Habe ich Lust drauf. Mich keine Lust mehr auf diese Kackmission hier gerade. So. Wie geht denn das jetzt? Komm ich denn da rauf? Wenn ich jetzt das da kaputt mache, dann... Wird er nischt. Ich glaube, ich habe es schon versaut, leider. Ja, dann halt nicht. Habe ich den noch gekriegt? Ne. Dann sei es mir egal. Ich bin hier fast voll, full live, full, full level up. Fehlt er nicht gar nicht mehr viel. Geil. Dann haben wir die letzte Fähigkeit. Döp, 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 döp. Das muss ich eigentlich machen? Achso. Ich habe es gefunden. Ich habe gar keinen Schatz hier gefunden, ne? Das war echt verrückt. Komm mal rein. Deine Ecke ist nämlich irgendwas. Aber kein Schatz. Springer, Springer, Springerie. Halt dein dummes, fettes Maul. Die Männlichkeit ist gelandet. Aha. Ach so Scheiße. Okay. Ich verstehe die Problematik. Zum Glück bin ich aber Mr. Smartface. Wie kann das? What? Hammer Time? Stop. Hammer Time. So, warte mal. Mit dem fahre ich mal ein bisschen mit gerade. Ja. Nicht die blöde Idee von mir auf jeden Fall. Dö, dö, dö. Okay. Kann es mir ganz schön egal sein, du komische. Links da in der Mitte. Ach, Scheiße. Oh, weiß. Der ist schon untergegangen. Okay. Natürlich lebt ihr wieder. Wovon gehe ich denn aus? Okay. Versuchen wir es nochmal. Einmal vielleicht. Dann reicht es auch wieder. Das war knapp. Ganz, ganz easy. Zack. 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 Oh Gott, nein. Das ist überlegen. Das war's. Ich habe gerade echt keine Lust mehr. Ich glaube, ich bin einfach zu unkonzentriert. Ich bin auch gerade einfach zu unkonzentriert. Ja, wir machen das beim nächsten Mal. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Gucken wir nochmal ein bisschen Gratisgeld hier. Gratisgeld habe ich gesagt. Danke. Wie viel fehlt uns jetzt noch bis zum Level Up? Auch echt nicht mehr viel. Ist schon fett. Noch data. Ja. Keinen Schatz gefunden. So gehört sich das. Find ich noch einige. Naja, wir finden die schon. Leute, ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier wieder. Hoffentlich bin ich ja wieder ein bisschen besser gelaunt. Weil irgendwie... Also ich bin halt eigentlich gut. War ein guter Tag, aber... Boah. Die Spiel habe ich ja irgendwie zum Weißblut getrieben heute. Aber gut, passt schon. Wir kriegen das schon im nächsten Mal. Also, ne. Bis dahin. Ciao.